Es ist an der Zeit, einen Experten für sicheres Reisen kennenzulernen, den Fix2Go Kindersitz. Was wir hier haben, ist ein komfortables Isofix-System. Eine Einlage für die kleinsten Kinder, die herausgezogen werden kann, wenn das Kind größer wird. Und die Kopfstütze, die durch Drücken und Ziehen am Griff erstellt werden kann. Und wenn das Kind größer wird, kann man die inneren Gurte herausnehmen. Die Schnallen lösen, lockern herausnehmen, drehen, Schnallen ziehen und die Gurte herausziehen. Wenn der Überzug schmutzig wird, kann man ihn abnehmen. Die Gummibänder abziehen, die Druckknöpfe öffnen, drehen und die Elemente nacheinander abziehen. Jetzt muss man ihn nur noch waschen. Die Montage im Auto ist schnell und einfach. Legen Sie den Sitz ein, drücken Sie die Taste, ziehen Sie den Isofix-Anschluss heraus und drücken Sie ihn hinein. Jetzt Top-Tether-Gurt. Montieren Sie den Haken und ziehen Sie den Gurt fest, bis die grüne Markierung erscheint. Wenn das Kleinkind aus der Einlage herauswächst, befestigen Sie es mit den Autogurten. Den Armgurt führt man durch die Führung der Kopfstütze und den Hüftgurt an der Armlehne. So ist es. Okay, fertig.